Das war voll die gute Ecke, sei mal leis jetzt. Ja! Zum Glück er ist nicht. In die Mitte so, 3, 2, 1, jetzt komm. Oh, er ist klein! Er spielt doch auf den größten Spieler, der da steht. Hä, wohin? Wieso geht der so? Was macht der Hörglock? Ja, Digga, er spielt einfach... Okay, ich sag nichts. Sehr schön. Ich wollt grad sagen, er spielt in Luft aus, Junge. Du machst einfach so eine Umdrehung, wo keiner neben dir stand. Okay, Tiki-Taka? Das ist ja so kein Tiki-Taka. Ein bisschen kriminell, Alter. Nice Croc. Sehr schön, sehr schön Team, sehr schön. Oh, schön gemacht, Mensch. Da, 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 da. Das ist ein Ducks-Game. Oh. Warum? Ich bin gestolpert. Über meine eigenen Beine oder so. Oh, wo ging der denn hin? Ich hab schon wieder geglust, Digga, dass der reingeht, ey. Hey, was ist das denn? Nein! Was ist denn das? Flamme rein. Der geht. Oh mein Gott. Red Time-Finish. Schwarzes Time-Finish. Wie köpfst du? Halt's Maul, Digga. Und von so einem großen Flügelmann. Okay. Jetzt hätte ich eigentlich als angekommen, der Pass. Bin ich kein großer Flügelmann oder was? Nein. Hey, wie hast du den Ball nicht? Ich hab's ja auch wieder abgenommen. Ja! Komm mal, du hast die Chance. Oh. Oh. Stell dir schon. Ja, ja. Oh mein Gott. Was ne Mitnahme. Und jetzt? Der passt nach innen. Und dann ist Tor. Ja, Danny. Du hast du es verdient. Ich hab's Ding reingemacht. Meinst du, so wie den Kopf erleben? Okay, renn. Mach dir, ne? Überzahlspiel, Jungs. Überzahlspiel. Was ne Run, Junge. Was ne Run, was ne Run. Mancher Metallfuß hat Metallfinger. Och, Digga. Ein richtig dicker Finger. Ja, Sonntagsschuss, Junge, ey. Ja, am Samstag. Da hast du den Ball. Gut gemacht. Boah, boah. Hey, Alter. Bomberklatt. Was macht die da? Du musst die Pazpaste auch betreten. Ja, ein bisschen Pazdelay. Au! Hey, hey. Warum bist du langweil? Sweaty, Sweaty. Oder mach, lauf, weiß ich nicht, in der Warn. Ach du Schei... Hä? Hörst du mir das mal drüber gelaufen? Und dann über den Torwart. Ist das crazy, Digga. Okay. Jetzt gleich die Flanke, dann war's das. Ja, ja. Ja, let's go. Schön. Das ist, weil man früh flankt. Und nicht erst anhalten. Beep, beep, beep. Ja, easy, Digga. Wir machen jetzt immer so. Was soll ich damit? Tiki-Taka. Hey, hey, schon gern. Wie war's denn hier? Schiri, der hatte schon gelb. Oh. Ey. Wo rennt mein Charlin, Junge? Also, er hat auch gar keinen Bock. Red Charakter? Ja. Ja. Renn bisschen red. Kreis, Kreis, Kreis. Ja. Was? Sehr schön, Jungs. Chicken. Ja, Danny. Wahrscheinlich ist das meine Schuld, Digga. Ja, bei Ballverlust. Digga. Digga. Geben direkt ein Buddy-Check mit von Charles. Ach, dein Name ist Programm, Mac. Ballverlust. Junge, dein Name ist auch Programm. Dummes Scheißkind. Die Spiele, die Spiele 5er Kette und da haben irgendwie 5 Offensivspieler, Digga, die was? Was ein Tiki-Taka von euch. Oh, schade. Oh. Bitte lasst den jemanden schießen, der's kann. Oh, danke. Digga, was soll das denn heißen? Ich würd den auch reinmachen, soweit ich hier sitze. Zehn ab. Ja. Okay, let's go, Jungs. Wir sind wieder drin. T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T. Faul. Digga, was? Egal. Soll ich einfach reinrennen? Ja. Ja, komm rein. Reinren. Mach's nen Köpper. Ist schön. Boah, der kommt gut. Ja! Ja! Riot! Alter. War das close, Junge. Nochmal nach unten. Schiri! Rot, Rot, das ist Rot, oder? Rot! Ja, klärt doch noch Rot. Ich glaub, das ist Rot dann. Komm, 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 komm. Weg, weg, weg! Ja! Wohlfach, ne. Ich mach einfach. Ich mach einfach. Ich mach einfach rein. Da können sie klären. Ja! Ja! Faul! Lol, hey, what the fuck? Geht's den... Da hin, bitte! Darf ich's denn? Darf ich's denn machen? Ich wette um den Zehner, der geht rein. Weil der... Der Ersten war ja meiner eigentlich. Deswegen will ich den auch... Okay, okay, okay. Den Ersten hat er mir auch gegönnt. Wollt ich nicht, du's in der Arbeit genommen. Schade. Spiel drüber zur anderen Seite. Schön. Schön. Wir sind tiki-taka. Okay! Als ob das kein Abseits war! Nice! Oh, Jungs, ist ja ein Problem. Alles gut, wir haben ein bisschen geblockt. Rein erlegt, bitte rein erlegt. Ich wollte zu ihm. Ich schwörde, ich wollte zu ihm, aber er mein scheiß Arsch. Langsam. Hä? Wohin gehst du der scheiß Bord, Junge? Ist weiter geworden. Was hat sie gesagt? Oh, die Flanke war aber das Frappwürdigste, was ich jemals befrabe. Von Daniel? Nee, das war McRowley. Das war McRowley. Das war McRowley! Wir verlieren gegen Unterzahl! Wir verlieren gegen Unterzahl! Ja? Komm schon! Ja! 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 F**k! Du f**kst halt aufs Gegner-Team! Die f**de! So schicke! Der pinke Junge! Geht noch in die Verlängerung, kann das sein! Warte, was? Was? Nein, halt die Fresse! Wir scheiß Idioten! Wir scheiß Idioten! Bitte gar nicht mehr! Ey, ich will da schießen nicht so Bock eigentlich! Hey, Goal und Goal? Ist das nicht so weit, ich weiß ein Goal und Goal? Ja, das stimmt! Goal und Goal! Weg mit den beiden! Einfach nach vorne! Einfach nach vorne! Danke! Oh nein! Ja, okay, okay, okay! Ach, das war das! Und dann auch zielen! Also ich muss erst rückwärts zielen! Okay! Also wenn es im grünen Bereich ist, reicht es schon! Und dann einfach in der Ecke! Und dann auch in der Ecke ziehen! Schade! Boah! Ich schieße unser Torwart auch! Ja! Sehr schön! Schön! Wichtig! Boah! Wer ist Anderson? Ey, wieso dürfen wir nicht schießen? Wie frech! Hallo? Ich kann das nicht, Jungs! Oh nein! Oh nein! Der ist jetzt rüber! Ja! Let's go! Sehr schön! Komm, bitte halt ihn! Ach, du stille! Oh nein! Jetzt kommt Bette, oder? Ich habe keine Ahnung, Junge! Der ist weg! Der ist weg! Der ist weg! Du hast wenigstens nicht in die Mitte geschossen! Aber wir hätten das auch schon in der regulären Spielzeit gewinnen können! Sag ich doch, jetzt läuft nichts mehr! Mein Spieler ist jetzt deprimiert, weil er den 11er verschossen hat! Der ist weg! 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 Nice! Was ein Kopf, Digga! Guck mal, wie ist der Jubel, Digga! Und... Bam! Du musst drei Meter mal absetzen und trotz immer nochmal absetzen! Ich wollte auf Blau spielen! Ich wollte auf... Und jetzt dieser tolle Stein... Jo, wieder renn und renn und... Malz! Komm schon! Scheiße! Zensiert dich selber! Vita Malz! Hab ich doch noch gehört! Vita Malz! Oh ja! Bohoho! Was ein Wolli! Wenn alles nur immer so laufen würde! Keiner hat deinen Namen gar nicht verstanden! Digger, bei mir hat Digger gesagt, unmenschliche Flanke! Ja, mach ihn nicht! Mach ihn! Oho! Die Latte gezimmert! Sehr schön! Am Mann ist so frech fern hier! Bei dem Summit und Jason diesen Playstyle haben Digger! Da funktioniert nix mehr! Da ist passen! Deaktiviert Digger! Damit kann doch eh nichts passen! Nein! Wir haben doch eins verloren! Nee, das zählt nicht! Ja! Schon mal Playstyle Plus versuchen! Ja, okay, warte! Schau mal rein! Danny, fern an! Oh mein Gott! Das war zu gut jetzt! Pass auf! Ja, okay Digger! Dafür brauchen wir keinen Playstyle! Nice! Nice! Schön! Oh mein Gott! Das war einfach ganz gehen! Ich hab dich schon neben dem Tor gesehen, Digger! Seid ihr so wie es ist, Digger! Runter? Wie runter? Also rollen! Sollte ich hier hinspielen gerade? Ja! Nein! Was? Ja, ihr sehn schön! Spann ich doch mal! Hoch! Ah! Okay! So, jetzt guck wie ich den reinmach! Das muss ich drücken! Und zwar mir geben! Damit ich ihn reinmache! Die Ecke! Bruder! Lass mal in die Verlängerung! Dank! Ja! Nice! Sehr schön! Die Atombombe! Der Torpedo war das! Alles! Ja! Ich hab grad absolut haupt! Jungs, das können wir nicht verlassen! Sieht sehr wahrscheinlich genau aus! Wir verlassen hier nichts! Und du hast zwei Beine! Nein! Zwei Linke! Und ich bin drei Holgeräte! Wer ist der Hindenmaulig, Alter? Ich hab da einfach die Rutsche gemacht! Einer, ich mach den jetzt rein! Zehner? Zehner! Okay! Zehner! wieso wettest du wenn du kein geld hast nicht du ich hab geld nicht du sehr schön sehr schön macht ihr macht ihr macht ihr macht ihr was auf abseits auf sehr schön nein nein es ist ganz schön sehr schön fang rein sehr schön ggs sehr gerne du willst doch nicht mit dem kopf ran ne 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 seitdem ich die fähigste plus habe habe ich keinen bock mehr da geht nicht hoch genug der kann perfekt für den ersten das ist perfekt für den ersten wenn er ändert so nur was einer power oder auch an diesen ganzen kurve und wieder fliegt und ja du händerst nur die power nein natürlich kommt der jedes mal anders du musst nur die power ändern aber der ist ja immer standardmäßig komisch ich habe weil du einfach nur zwei beiden nein zwischen drei und vier aber das geht nicht entweder ist zu wenig oder zu viel das timing ist voll schwer dann gibt mir gleich mal ne Digger bei dir kommt jede eckelkacke Na das ist jetzt gelogen das nimmst du sofort zurück Das nimmst du zurück oder ich schneide jeden einzelnen satz von dir raus wenn man überhaupt meinen verstehen kann du krüppel fresse Digger wenn du den Zökelbringung machst Digger beim Ecken schießen Digger Nein meine Sticks sind auf den Boden gefallen